Hallo, ich bin David May und ich werde dabei beim Videodreh zu meinem neuen Single Superstar. Könnt ihr sie bald anschauen auf Konto TV. Wir arbeiten mit Mo und mit Dwayne Harden, der auch unter anderem bekannt ist von You Don't Know Me, vom Armenbar Helden, zusammen und machen verschiedene Projekte in verschiedenen Bereichen und die Jungs in der Kasse. Meier Neuling, das kann man jetzt ja und nein sagen. Wir sind mit meinem Team schon länger dabei als Prozetten tätig für jegliche Künstler auf der ganzen Welt. Wir sind hier in so einem Kartenladen, der wie man sieht sehr altmodisch aufgebaut ist. Die gibt es eigentlich nicht mehr so oft, weil heutzutage nur noch alles auf digitalen Basis basiert. Allerdings haben wir so eine Idee gehabt, eine eigene Puppe zu kreieren, die da noch ein bisschen mitspielt. Alles möchte ich natürlich nicht an dieser Stelle beraten, weil wir sollten ja mal ein bisschen analysieren, was überhaupt da stattfindet, aber ich glaube, es wird ganz witzig. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.